Man sollte sich nicht mit Kranken anlegen, Digga. Ich werde deine Mutter ficken. Hab ich schon. Aber ich meine, wenn ich sage, ich fick deine Mutter, dann meine ich, ich brich dir deine Kippe. So, wieso reden sie auf einmal so komisch? Deswegen. Ihr werdet das gleich erfahren. Entspannt euch. Du willst deinen Hype? Ich gebe dir deinen Hype. Du kriegst einen Fake. Du Fotze. Geil. Geil. Sieht so aus, als wäre Jerry jetzt nicht nur völlig überarbeitet, sondern total durchgeknallt. Geil. Ich gehe mich so gerade gerade daran auf, wie du gerade zerbrichst.